Und drei Ringe. Es bleibt zu. Vielleicht sind die Steine der Öre leiten. Das kann auch sein, dass es nur eins ist. Probieren wir es mal mit eins. Moment. Moment. Aber da müsste hier bestimmt das Lämpchen angehen, weil das ist voice aktiviert. Und da müssen wir das Ding bestimmt dran halten. Aber es kann auch sein, dass das gar nicht dazu gehört. Und dann sind das nämlich nur fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kann es natürlich aber auch sein, dass der erste gar nicht mitzählt. Ja, das ist möglich, ja. Das heißt, ich gehe bei jedem noch einen drauf. Was meinte Dennis mit dem Schuh? Ja, da ist eine 37 drauf. Aber eine 37 haben wir nirgendwo in der... In der Möglichkeit. Auch hier sehen wir keinen Zahlencode. Dennis, was meintest du mit dem Schuh? Wenn ihr fragt, was du mit dem Schuh meintest. Wenn das halt eine Zahl dort nicht steht. Ja, genau. Die 37. Ja. Und die 37 zuzuordnen ist erstmal schwierig. Hm. 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 Hier steht ja wirklich, dass die 12 sind Wollte doch sagen, die sehen so jung aus Die sind ja wirklich 12 Oh Wie alt waren die mir jetzt? Die eine war 21 Ach, deswegen wolltest du wissen, welchen Tag wir spielen, ne? Genau Stand das oben vielleicht an der Uhr? Der wird jetzt nur Sonntag Die Bank in der Tür Hat keiner gesehen, Dennis Die hat auch nie ein Datum erwähnt, ne? Ne Super Ich weiß nicht, was ich hier ist, 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 was ich hier ist ich dachte jetzt vielleicht das ticken der uhr und wie aber keine ahnung irgendwas haben wir übersehen nicht nach der lösung gucken irgendwas haben wir übersehen ist ja vom Feten dahinten ein Stückchen Scheu oder ist er auch sehr interessant wahrscheinlich überhaupt nicht von Bedeutung da hat der Entwickler sich ein wenig Geld gespart nein wahrscheinlich übersehen bloß so na komm rein wo kommen wir hier weiter wir tapfen nur ein bisschen im Dunkeln die Sicherungen geben keinen Sinn 2020, 2019, 2021 die sind noch nicht gleich alt das Registrierblätter ist doch eine automatische Registriernummer ne konnte man irgendwie rennen aber nicht was steht denn hier vorne auf dem Blatt gar keine Registriernummer das heißt sie schreibt die Registriernummer selbst drauf wie gesagt hier oben ist ja immer noch eine Tür die nicht aufgeht naja das wird die Ausgangstür sein ne äh am Schrank am Tisch am Tisch ist nur noch eine Tür die geht nicht auf und da weiß ich auch noch nicht worum das liegt was wir übersehen haben irgendwas müssen wir darüber sehen haben das Einnahmen ist klar das ist klar ach das ist die die Turmangerät abspielen müssen während wir das eingeben weil das ja sprachzerstört ist ich denke mal der muss erstmal grün leuchten dass die Spracherkennung läuft ah ok also dass der erst mal sagt ja bitte äh bitte per Sprache aktivieren wir können es ausprobieren aber dann musst du es ja fast daneben legen oder ich halte es dran oder sowas aber ich kann es mir nicht vorstellen also wie gesagt dass du vielleicht etwas zuordnen müssten was viel Registrier was kreisig ist ok die Frage ist nur wie viel davon vielleicht schon nur die Handys ja dann kommst du auf drei dann ist auch die Frage willst du die drei höchsten Töne haben von den tiefsten Tönen ausgehend bei den Steinen glaube ich die werden nicht alle wollen wahrscheinlich vielleicht gar keine die sind weißt du was die sind aus der Schublade rausgebrochen die zählen überhaupt nicht die sind aus der hinten aus den Steinen rausgebrochen die zählen überhaupt nicht die Steine das heißt alles was undefiniert ist das wäre nur die Flasche Töre aber die war von oben die war oben die war oben das war oben die sind aber eckig aber die sind nicht so dick dann kann es natürlich sein dass da die Ausweis was lag denn da passt das von der Größe so ein Ausweis also eher als das Handy ja ja meinst du weil wenn das so wäre dann wäre das 3, 2, 3 stimmt die Handy sind viel viel größer dann probierst du mal aus ob es 3, 2, 3 geht also wir können gerne die Ausweise hinschmeißen die Frage ist halt ob es niedrigste oder höchste 3, 2, 3 das klingt so René wie kommst du darauf hast du nachgeschaut mach mal mach mal mach mal okay Ich hab das Gefühl, dass jemand mich schaut. Dieser Mann. Er ist immer auf die Seite, wo ich gehe. Ich glaube, dass ich ihn zuerst gesehen habe. Was ist er? Was ist er? Was ist er? Ich muss mich über die Precursion machen. Ich denke, der Herr Dressler ist heute nicht gekommen. René, du cheater Mich nachgucken Das ist nicht geil Lasst uns quälen Da hier liegt noch ein Schuh Und hier ist ein riesen Laptop Und Kamera und alles Ja, ja, hier wurden auch irgendwelche Videos gedreht Hier ist eine stehende Bank Da hast du nachgeschaut, René Kannst du mir viel erzählen So, hier gibt es eine Blume Ein Windbeutel und noch eine Blume Da sich doch gerade das Buch drinnen bewegt Hatte ich doch gesehen Ja, dieses Buch gerade in der Mitte Hat sich gerade bewegt 128 1702 128 Oder halt 128 60 100 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 Das war das andere 1702, ne? Na gut, das kann ich gar nicht anspielen Das würdest du nicht passen wahrscheinlich Hast du den zweiten Schuh gekriegt? Ja War der nicht hinterm Tor? Hast du das Tor aufgekriegt? Ja, aber da kriegst du Da kannst du aber eingreifen Achso Ach, hier hast du ja auch nichts sagen Wo du jetzt Da steht 38 drauf Das ist 37, 38 Könnte gehen, ne? 4 Telles Könnte gehen Es gibt keine 0 Doch Die kann ich nicht auswählen Warum kann ich die nicht auswählen? Wolltest du doch nicht Warum doch? Ich werde die 1702 haben Achso Achso, du wolltest die 37, 38? Ja, ich hätte das probiert, glaube ich Okay, warte Korrekt René Gibt's eine Wieso, Fiesbäume? Hier steht Mina 2.05.17 drauf Ja Und Cup-Nudeln Für die Mikrowelle Der ist klang so Als wir zu spoilern Es klang so Gibt's hier ne Mikrowelle? Nö Also ich glaube das Die Kamera geht nicht an Ich hab jetzt hier die Markierung gesetzt Wie kriegst du die wieder weg? Genau so Können wir ins Dunkel vordringen? Okay, hier ist ne Messletter Da kann man nur Größe bestimmen Alter Hier ist ein Knopf Ich fahr mal so nett Wo gehst du denn denn? Hallo Hi Dennis Versteckst du dich? Ja Was hat die denn hier für Filmchen gedreht? Ich hab das lieber nicht wissen Ey, die hat ja Castings gemacht Das klingt nach Casting-Couch Also ich mein, da steht Couch Wir machen Castings Ich weiß natürlich nicht, was damit gemeint ist Wir haben jetzt Strom Ja, aber da nicht Da fehlt noch was Haben wir noch was mit, wo wir zwei Zahlen brauchen? Wüsste ich jetzt zumindest nicht Dann hätte ich noch ne 25-17-Angebot Und Nina Oh, das war mal ne richtige Canon Nicht die Fake-Canon wie vorhin Was stellen wir damit ein? Wir sehen aber auch keine Größenangau Was wir da einstellen, oder? Ne, leider nicht Doch, das sehen wir Echt? Wo? Wenn du es in der Hand nimmst Erst dann siehst du es in der Hand Ah Die Frage ist nur, welche Größe wir brauchen Dennis? Hi Wird ihr mir da stehen? Ja, aber hallo, ey Nee, nee, da hab ich sie vorhin erst weggenommen Das meinst du, warum da die Abdrücke auf dem Boden sind? Weil ich die da weggenommen hatte Ich stand auf diesen Punkten vorhin Ja, ich bin da Nach dem Punkt meinst du René Warum kommt das immer so wie aus der Pistole geschossen bei dir? Das gefällt mir nicht, mein Lieber Wir wollen das ja schließlich ein bisschen selbst rauskriegen Gut, den hab ich vorhin auch schon mal gesehen Ich wusste doch nicht, was das für was er sein soll Ja, der andere hat auch den Abdruck Aha, guck mal Wir kommen jetzt hier Haben wir jetzt den perfekten Schatten dafür Die Frage ist nur, wofür? Was müssen wir einschalten? Und wir können diese Maßgabe, die Maßzeile jetzt sehen Hm Das Kopf und Augen Ja, aber es kommt halt sehr komisch rüber, René Äh, Dennis, 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 Dennis Ich sag dir jetzt mal eine Zahl und du stellst das mal bitte ein Okay Die 128 Nee, die 12 Äh, 22.05 Kriegst du das? Nee, ich geh nur bis 1.95 1.95 Das höchste, was geht Ich brauche 22.5.702 Das letzte fehlt mir Weil Wenn du das höhentechnisch einstellst Hast du da hinten an der Wand Symbole Und die brauchen wir hier Wie an der Wand Symbole? Ja, guck doch mal in den Schatten Hier die Symbole Und da zeigt auch das Ding drauf Je nachdem, wo du die Höhe einstellst Ne? Und dann kommt ein Symbol raus Und das brauchen wir dann hier Ja, das habe ich gerade gesagt, René Habe ich gerade mitbekommen Und da fängt halt das erste Wert 22.05 Dann hätten wir 17.02 Und hier ist noch eins drin Das kann ich nicht erkennen 12.04 Kriegen wir aber raus Wer an welchem Tag bei dem war Da brauchen wir bestimmt den PC an Da brauchen wir bestimmt den PC Ich habe eine Idee, mal gucken Magst du mir die Idee verraten? Oh nein Jetzt stellen wir wieder ordentlich hin Aha Wie kriege ich das nach unten? Was? Was nach unten? Achso, aha Ausrat, ja Dann nutze meine Worte für Dennis Probier mal das mal aus Die Figur Bei was? Bei 22.05? Nein Bei welchem Symbol jetzt? Bei drei Symbole Wir brauchen ja drei Kannst du jetzt hier klicken oder was sind die Symbole? Ja, du klickst hier in der Mitte die Symbole um Ah, okay Deswegen weiß ich jetzt nicht, welches du jetzt eingestellt hast Auf welches Du hast jetzt was gemacht? 1.67? Ja Weil Auf dem einen Ausweis ist die eine Größe drauf Auf dem anderen Ausweis ist die Größe Aber du kriegst auch bloß ein Symbol Weil der zeigt doch das, wo der Nippel drauf zeigt bestimmt Verstehst du? Hier ist so ein Nippel Und deswegen hast du ja hier in dem Schaufenster drei verschiedene Zahlen drauf Deswegen haben wir die 22.05 Äh, könnte das Fuß sein? Ne Das würde ja nicht passen So, können wir das zuordnen? Wer, ähm Äh, Nina war 25.11 Die Größe stehen hier ja nicht dabei, ne? Ne War eine Nina dabei? Nur auf dem einen Ausweis ist eine Größe Welcher Name ist das? Äh, der hat auch Nina Baum gehabt Wie groß? Über 1.67 1.67, ja Stellen wir das nochmal ein Und probieren wir es mal aus Ich vermute mal, dass das das letzte Symbol ist Wobei, warte mal, der zeigt drei Symbole an Wir machen mal das Das ist das Das sieht so aus Dann diese Blüte, die vor oben dreht ist Die Blüte, die nach oben verdreht ist Die und das letzte Symbol, wo er noch hin zeigt Ist dieses schwampfig Dings Sehne ich wie das erste Bingo Hat geklappt Gute Zusammenarbeit So, ich lege mal die Grafik, die Karsetten raus Wobei, ich glaube mal, die Gigabytes werden nicht zusammen Die werden interessant sein Ah, die sind alle beschriftet, ne? Die sind alle beschriftet Mit was? Datum Ja Wir haben alle auf der Rückseite ein Datum 17.02.13.02. Sollten wir mal gucken Was stand bei Nina? Äh, 17.00, glaube ich, oder? Kannst du mal kurz gucken? Oder guckst du gerade? 19.08? Ja Also den 25.11. 25.11. Hat man, glaube ich, von Warne? Sicherheits Gut Ja Ja Ich glaube nicht 투 Das war überhaupt nicht Bis zum nächsten Mal